Moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll so ein paar Wetten für den Morgen Sonntag gehen, die ich dir zeigen möchte. Die Wetten für Samstag weiß ich noch nicht, wie die gelaufen sind, denn ich nehme das Video so gegen 12 Uhr Mittag auf, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen, aber ich hoffe, ihr könnt alle den ein oder anderen Tipp mitnehmen, der dann auch kommen wird. Ich hatte so in der Analyse ein bisschen das Problem, es war nicht so leicht, Spiele zu finden. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr am Sonntag irgendwas tippen möchtet, denn viele Mannschaften spielen in der Europa League oder in der Champions League nächste Woche schon wieder. Und je nachdem, wie das Hinspiel lief, die meisten endeten sehr, sehr knapp, müssen sie natürlich nochmal im Rückspiel zeigen, dass sie auch die nächste Runde verdient haben. Deswegen passt es auf jeden Fall auf. Wir gehen jetzt erstmal in die zweite Bundesliga zwischen den Würzburger Kickers und dem HSV. Die HSV wird aufsteigen in der Saison, zuletzt gab es zwei Unentschieden, aber gut gegen Fürth, kann man mal unentschieden spielen, die sind gar nicht so schlecht in der Saison. An sich, ja, Würzburg, kommen wir kurz zu Würzburg-Tabellenletzter, zuletzt unglücklich gegen Kiel verloren mit 1-0. Der Elfmeter war natürlich nichts, das muss man dazu sagen, trotzdem schlagen sie sich einfach oft selbst. Also ich habe jede Mannschaft hier schon, ja, über 90 Minuten gesehen, auch die Würzburger Kickers und, ja, sie schlagen sich einfach oft selbst. Und der HSV hat einfach deutlich, deutlich mehr Qualität, hier den Sieg mitzunehmen und davon gehe ich auch aus. Das zweite Spiel ist der KSC gegen den 1. FC Nürnberg. Ich bin da selbst Klub-Fan, deswegen schaue ich hier jedes Spiel an. Und, ja, die Performance lässt natürlich zu wünschen übrig, aber es soll hier gar nicht so um, ja, ein Ergebnis-Tipp gehen, sondern, ja, die Spiele bei Nürnberg sind an sich, ja, auch wenn jetzt hier überall drei Tore gefallen sind, relativ knapp. Und ich glaube, ich kann beide Mannschaften einschätzen. Ich habe beide Mannschaften im letzten Jahr zweimal gegeneinander spielen sehen und es gleicht sich eigentlich wie letztes Jahr auch. Nürnberg fehlen sehr, sehr viele Offensivkräfte, da ist fraglich, dass die in irgendeiner Form mehr als zwei Tore erzielen würden. Also es fehlt Huck zum Beispiel, Schäffler ist jetzt wieder dabei, ich schätze, der wird von Anfang an spielen. Köpke fehlt, Low Camper wird fehlen. Das sind so die Hauptakteure im Nürnberger Offensivspiel und für ein Gegentor sind sie immer gut, aber ich glaube, sie werden gegen Karlsruhe wirklich ähnlich wie gegen Darmstadt. Versuchen hinten die Null stehen zu lassen, es wird wenig, ja, Torchancen geben, davon gehe ich aus. Und alles in allem, glaube ich, hier wird es ein enges Spiel, Tendenz möchte ich mich gar nicht festlegen. Und zwar gehen wir hier auf unter 3,5 Tore, es bietet sich so ein Stück weit eine Kombi-Wette hier an. Ja, schwierig, für mich sind es beides relativ knappe Dinger, aber ja, schauen wir mal. Ansonsten geht es weiter in der Premier League und ja, da haben wir auch ein sehr interessantes Spiel und zwar zwischen Arsenal und Man City. Hier haben wir so das Problem, beide spielen nächste Woche Arsenal in der Europa League am Donnerstag, Manchester City in der Champions League am Mittwoch gegen Gladbach. Arsenal muss gegen Benfica, Leserbon nach dem 1-1 auf jeden Fall gewinnen zu Hause. Und Manchester City, ja, schießen aktuell alles ab, muss man dazu sagen. Und gegen Gladbach, ja, da werden sie eine relativ leichte Aufgabe haben. Ich glaube nicht, dass Gladbach da große Chancen haben wird. Trotzdem werden sie Gladbach nicht unterschätzen. Gerade Pep Guardiola kennt ja die Bundesliga, weiß, wie schwer es ist, bei Gladbach spielen zu müssen. Und ansonsten, ja, Man City, zwei Niederlagen erst. Hier gebe ich euch den Tipp, also zuhören. Sieg Man City, wenn die Aufstellung passt. Vergleicht die Aufstellung, wenn sie bekannt ist, mit der vom letzten Spiel. Und schaut, wie viele Spieler geschont werden und wie viele nicht. Werden wenig Spieler bis keine Spieler geschont, könnt ihr auf den Direkt-Sieg gehen. Und dasselbe gilt für Arsenal. Wenn Arsenal viele Spieler schont, dann auf den Man City-Sieg gehen. Aber wie gesagt, abwarten das Ganze. Ja, und im Bundesliga-Video habe ich euch noch eine Wette mitgebracht. Und zwar den Leipzig-Sieg gegen Hertha. Da ist leider die Quote jetzt gesunken. Jetzt würde ich es nicht mehr mitnehmen. Aber ja, vielleicht findet ihr noch eine 1,75-Quote oder höher. Ansonsten wäre es das mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und natürlich ein kostenloses Abo. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ihr bekommt immer alles angezeigt und nehmt dadurch höhere Quoten mit. Das ist einfach Fakt. Die Quoten sind immer deutlich höher, wenn ich euch die Videos vorstelle bzw. hochladen. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall noch von profitieren. Ansonsten würde ich sagen, wäre es das mit dem Video gewesen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Fußballschauen. Natürlich auch viel Glück. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.